Hallo Servus, mein Name ist Thomas Bux und ich zeige Menschen, wie sie auf Instagram mit Affiliate Marketing und Funnels ihr eigenes Business aufbauen können. Ob nebenbei oder hauptberuflich, völlig egal. Das kann grundsätzlich mal jeder. Ich arbeite jetzt auch schon länger mit Chris zusammen und habe von Anfang an gemerkt, der Mann versteht sein Handwerk. Deshalb kann ich euch ihn auch wärmstens ans Herz legen und auch ohne schlechten Gewissen empfehlen. In diesem Kurs ist es wirklich so, du lernst, wie du Reichweite auf Instagram generierst, wie du Content erstellst, wie du guten Content erstellst, der sich von der Masse abhebt. Du lernst aber auch, wie du deine Follower, die du durch den guten Content generiert hast, in wahre Fans verwandelst. Die richtigen Branding-Strategien, die richtigen Community-Building-Strategien, wie du wirklich eine Gemeinschaft bildest und du wahre Fans hast. Und das wiederum spiegelt sich oder wirkt sich natürlich dahingehend aus, dass du auf Instagram damit dann auch Geld verdienen kannst. Weil wenn du Fans hast, die dich feiern, die dir folgen, die sind natürlich auch bereit dazu, für mehr Wert, den du dann bietest oder für Kurse oder was auch immer, bereits Geld zu zahlen. Und deshalb bietet es in sich dann ein rundes System und ja, schau es dir an, kann ich dir nur empfehlen. Schnapp dir den Community-Builder und arbeite mit Chris zusammen in jeder Hinsicht. Meine Empfehlung, hau rein, ciao.